Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10.072 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bei einem Spaziergang durch den Park machten wir eine überraschende Entdeckung. Bei einem Spaziergang durch den Park machten wir eine überraschende Entdeckung. Die ältesten bekannten Schriftsysteme sind die Keilschrift, die Hieroglyphen und die chinesische Schrift. Die ältesten bekannten Schriftsysteme sind die Keilschrift, die Hieroglyphen und die chinesische Schrift. Die ältesten bekannten Schriftsysteme sind die Keilschrift, die Hieroglyphen und die chinesische Schrift. Die ethischen Grundsätze unseres Unternehmens betonen die Bedeutung von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Unsere Eltern spielen Schach. Wir wollen es auch können und üben jeden Tag. Das Ergebnis des Projekts ist der Prototyp eines neuen Roboters. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich überfordert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich überfordert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich überfordert. Das sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich fühle mich überfordert. Ich fühle mich überfordert. Ich fühle mich überfordert.